Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Energy Harvesting ist eine Möglichkeit, um aus bestimmten Dingen, die immer Energie liefern, einen Teil dieser Energie abzuzweigen und in Elektroenergie umzuwandeln. Und wenn man das intensiver betreibt, kann man eine ganze Menge an Energie quasi rückgewinnen oder, man sagt heutzutage, mit hoher Effizienz arbeiten. Sagt Norbert Schwesinger von der Technischen Universität München. Hier ist Welt der Physik mit Podcastfolge 86. Mein Name ist Maike Pollmann. Und ich bin Jens Kube. Ob die Abwärme von Computern oder die Vibrationen einer Tanzfläche, Wärme oder Bewegungsenergie geht in vielen Alltagssituationen ungenutzt verloren. Wie sich zumindest ein Teil dieser Energie ernten lässt, erfahren Sie heute in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um den Wärmehaushalt der Erde, um die Entdeckung eines vierten Mondes um Pluto und um Solarzellen auf Papier. Veranstaltungstipps haben wir für Bad Münstereifel und Berlin. Hören Sie nun das Feature von Christina Newinger. Energy Harvesting ist Energieernten. Und Energieernten ist natürlich etwas, was man eigentlich gar nicht so richtig kann. Weil wir haben ein geschlossenes System und da ist die Energie eigentlich nur entweder verfügbar oder nicht verfügbar. Aber es gibt nicht mehr und es gibt nicht weniger. Und wir versuchen also aus bestimmten Quellen, die unkonventionell sind, Energie zu ernten in Form von elektrischer Energie, die also durch einen bestimmten Wandlungsprozess aus mechanischer oder thermischer Energie gewonnen werden kann. Sagt Norbert Schwesinger, Professor an der Technischen Universität in München. So eine Quelle kann zum Beispiel die Strahlungsenergie der Sonne sein, welche wir mit Photovoltaik in elektrischen Strom umwandeln. Oder Körperwärme, die dazu benutzt wird, Uhren anzutreiben. Oder einfach der Dynamo am Fahrrad. Ein weiteres großes Feld des Energy Harvesting ist die Piezoelektrik. Sogenannte Piezoelemente wandeln hier mechanische oder kinetische Energie in elektrische um. Piezo heißt ja drücken und Piezoelektrizität heißt Elektrizität durch Druck. Es ist also so, dass wir ein Element haben, was im Inneren Dipole besitzt. Und beim mechanischen Drücken dieser Elemente oder dieser Materialien verschieben sich die Ladungsschwerpunkte dieser Dipole. Und diese Verschiebung der Ladungsschwerpunkte, die kann man an äußeren Elektroden registrieren in Form von Ladungen, die sich da quasi an den Elektroden aufbauen. Und das ist das, was man da nutzt. Entscheidend ist dabei nicht der Druck selbst, sondern die Druckänderung, die das Material erfährt. Solche Piezo-Wandler können beispielsweise aus der Kraft, die ein Finger ausübt, wenn er einen Lichtschalter betätigt, genug Strom erzeugen, um ein Signal von Lichtschalter zur Lampe zu senden. Und das ganz ohne Kabel. Auch wenn sich Piezo-Materialien in Strömungen wie Wind oder fließenden Flüssigkeiten befinden, erfahren sie Druckänderungen, die sie in elektrische Spannung umwandeln. Das kann zum Beispiel nützlich sein, um die Qualität von Flüssigkeiten zu überprüfen. Der einfachste Fall ist die Trinkwasserqualität. Wenn man also das Trinkwasser kontrollieren will, ist es ja am besten, man hat einen Sensor, der sich in diesem Wasser befindet. Diesen Sensor muss man aber in irgendeiner Weise elektrisch ansteuern. Und man muss natürlich die Signale, die dieser Sensor bekommt, an eine Kontrolleinheit weitergeben. Wenn es aber gelingt, den Energieerzeuger mit in das System hineinzubringen und da noch eine entsprechende Funktechnik anzuschließen, die auch von dem Energieerzeuger mitbedient wird, dann kann man im Prinzip diese Information über bestimmte Wasserqualitäten aus dem System drahtlos herausbekommen. In Forschung und Industrie werden im Moment zwei verschiedene Arten von Materialien verwendet, die piezoelektrische Eigenschaften haben. Das sind einmal die keramischen Piezo-Materialien, die sind ausgesprochen teuer. Und es gibt Polymere-Piezo-Materialien, die sind kaum verfügbar. Diese Nichtverfügbarkeit liegt nicht darin, dass es nicht geht, die herzustellen, aber der Bedarf ist relativ gering. Wenn man an dieser Stelle der Piezo-Materialien auf organischer Basis einen höheren Bedarf wecken könnte, dann wären die schon prädestiniert, eine Menge an Elektroenergie zu generieren. Als Beispiel zeigt Norbert Schwesinger eine dünne, transparente Folie, die sich vom Aussehen kaum von gewöhnlicher Verpackungsfolie unterscheidet. Doch die Folie besteht aus Polyvinyl-Denfluorid oder kurz PVDF, einem Material mit piezoelektrischen Eigenschaften. Sie ist an zwei Kabel angeschlossen, an deren Ende sich ein kleines Lämpchen befindet. Steigt man auf die Folie, erzeugt man Strom. Die Birne leuchtet. Zukunftsvisionen reichen dahin, ganze Böden mit Piezo-Materialien auszustatten. Bei jedem Schritt würde dann Strom erzeugt. Von einer Wirtschaftlichkeit sind solche Anwendungen allerdings noch weit entfernt. Die Energiewandlung ist natürlich mit einem Wirkungsgrad verbunden. Und dieser Wirkungsgrad ist ausgesprochen schlecht. Piezoelektrische Energiewandlung hat also nicht einen Wirkungsgrad von 10 oder 20 Prozent, sondern der liegt bei unter einem Prozent. Deshalb liegt die Hauptarbeit der Wissenschaftler darin, die Piezo-Materialien so zu optimieren, dass höhere Leistungen erzielt werden können. Im Moment ist die Energie, die sich mit einem Schritt erzeugen lässt, allerdings noch sehr gering. Interessanter wird es schon, wenn da größere Lasten kommen oder wenn eben eine sehr hohe BG-Frequenz zu erwarten ist. Also in Eingangsbereichen von öffentlichen Gebäuden oder ähnlichen Sachen, da kann man dann schon eine ganze Menge an Energie harvesten. Eine weitere Option sind vielbefahrene Straßen, Schienentrassen oder Tunnel, wo vorbeifahrende Autos und Züge Energie produzieren, die man ernten könnte. Da kann man sich gut vorstellen, dass eben beispielsweise Sicherheitssysteme in Tunneln quasi als völlig autarke Systeme dort ausgestattet werden, die also keinen Elektroanschluss und nichts brauchen. Und wenn alles ausfällt, hat man immer noch eine Energiequelle, die letztendlich ein bisschen Energie liefert, um den Tunnel zu beleuchten. Und Sie müssen sich ja vorstellen, egal ob Sie da so ein piezoelektrisches Material drunter haben oder nicht, Sie merken ja gar nichts. Und trotzdem wird also eine gewisse Menge an Energie gewandelt. An manchen Orten sind stromerzeugende Bodenplatten schon im Einsatz. Zum Beispiel in Treppen der Londoner U-Bahn oder in Gehwegen in Tokio. Oder bei der Organic Disco, die dieses Jahr zum zweiten Mal in Darmstadt stattfindet. Für die Party haben die Organisatoren 20 Quadratmeter des in den Niederlanden entwickelten Sustainable Dance Floor angemietet. Bei jedem Schritt geben die Platten um bis zu einen Zentimeter nach. Die Energie, die dabei entsteht, wird in Strom umgewandelt. Im Moment gerade mal so viel, wie eine 100-Watt-Glühbirne in 40 Stunden verbraucht. Um die Party mit Strom zu versorgen, reicht das bei weitem nicht aus. Aber das könnte sich schon bald ändern. Obwohl der Wirkungsgrad schlecht ist, kann man schon davon ausgehen, dass man also mit solchen Systemen, wenn man das auf die Fläche rechnet, und beispielsweise hohe Belastungen hat, da kann man also sehr leicht in Bereiche kommen, die quasi der Photovoltaik gleich kommen. Aber dazu bedarf es natürlich noch eine ganze Menge an Arbeit und diese Arbeiten, die tun wir hier. Der Einfallsreichtum zu Energy Harvesting scheint keine Grenzen zu kennen. Kreative Köpfe aus aller Welt entwerfen zum Beispiel Schuhe, die beim Gehen das Handy aufladen, Laptops, die sich selbst mit Energie versorgen, oder T-Shirts, die aus piezoelektrischen Fasern bestehen und zum Beispiel aus Schalldruckstrom erzeugen. Die intensive Arbeit vieler Forscher lässt darauf hoffen, dass einige dieser Produkte den Sprung von reinen Marketing-Gags zu wirtschaftlich rentablen Energieerzeugern schaffen, die uns dabei helfen, energieeffizient zu nutzen und unsere Umwelt zu schonen. Speiende Vulkane, Erdbeben und das Erdmagnetfeld. Die Energie für all diese Prozesse gewinnt die Erde aus der enormen Hitze im Innern des Planeten. Etwa 44.000 Milliarden Watt Wärme strahlt die Erde permanent in die Kälte des Weltraums ab. Die Hälfte davon stammt aus radioaktiven Kernprozessen, die vor allem in der Erdkruste und in dem bis zu 2.900 Kilometer tiefen Mantel stattfinden, berechnet nun ein internationales Forscherteam. Möglich wurde diese neue, bisher genaueste Abschätzung mit einem Neutrino-Detektor in Japan. Denn für die Temperaturen von bis zu 5.000 Grad im Erdinnern ist nicht nur die Restwärme aus der Entstehungszeit des Planeten verantwortlich, sondern auch der radioaktive Zerfall der Elemente Uran, Thorium und Kalium. Bei den Zerfallsprozessen entstehen Antineutrinos, die nur sehr schwach mit Materie in Wechselwirkung treten. Deshalb konnten die Forscher zwischen März 2002 und November 2009 auch nur gerade einmal 841 dieser Teilchen nachweisen. Die geringe Anzahl reichte dennoch, um auf den Wärmebeitrag der verschiedenen Elemente zu schließen. Mit großer Sicherheit liefere der radioaktive Zerfall allein nicht genug Energie für die Erdhitze, berichten die Forscher. Ob aber allein die Restwärme der Erde oder noch andere Quellen, die verbleibenden Terrawatt liefern, sei bisher nicht eindeutig zu beantworten. Der Zwergplanet Pluto besitzt nicht nur drei, sondern vier Monde. Den vierten Mond haben Wissenschaftler jetzt auf aktuellen Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops entdeckt. Nach einer ersten Schätzung ist er zwischen 13 und 34 Kilometern groß und damit der bislang kleinste Mond Plutos. Er kreist zwischen den Bahnen von Nix und Hydra, die im Jahr 2005 ebenfalls mit dem Hubble-Teleskop entdeckt wurden. Der größte Plutomond, Charon, wurde bereits 1978 vom Erdboden aus aufgespürt. Auf den kleinsten Mond, der vorläufig die Bezeichnung P4 trägt, stießen Astronomen bei Vorbereitungen für die New Horizons-Mission. New Horizons ist eine amerikanische Raumsonde, die 2006 startete und im Jahr 2015 an Pluto vorbeifliegen soll. Mit kleinen Kurskorrekturen wollen die Forscher die Sonde nun so lenken, dass Nahbeobachtungen nicht nur von Pluto, sondern auch von möglichst vielen seiner Monde möglich sind. Die Astronomen vermuten, dass Pluto in der Frühzeit des Sonnensystems mit einem anderen Zwergplaneten zusammengestoßen war, Aus dem bei der Kollision ins Weltall herausgeschleuderten Material könnten dann die vier Monde entstanden sein. Ganz ähnlich ist der irdische Mond durch den Zusammenstoß der jungen Erde mit einem Mars-großen Protoplaneten entstanden. Forschern gelang es, ein gewöhnliches Blatt Papier in eine funktionierende Solarzelle umzuwandeln. Dazu nutzten sie ein ähnliches Aufdampfverfahren, wie es für die innere Silberbeschichtung von Chipstüten genutzt wird. Insgesamt fünf Schichten, darunter ein lichtaktives Polymer, deponierten die Forscher auf dem Papier und verknüpften es dann mit Elektroden. Auf einem quadratischen Areal mit sieben Zentimetern Kantenlänge entstanden so 250 kleine Solarzellen. Mit einer Halogenlampe beleuchtet, lieferte dieses Solarpapier Ausgangsspannungen zwischen 26 und 50 Volt. Der verfügbare Strom reichte aus, um einen flachen Laptop-Monitor zu betreiben. Den Wirkungsgrad des Solarpapiers geben die Forscher mit etwa einem Prozent an. Das ist zwar nur etwa ein Zehntel im Vergleich zu anderen organischen Solarzellen, doch Kosten und Gewicht der neuen Variante sind um ein Vielfaches geringer. In einem Langzeittest lieferte das Modul für 6000 Stunden zuverlässig elektrischen Strom. Außerdem schadeten ihm weder häufiges Aufrollen noch Knicken und Falten. Einsetzen ließe es sich beispielsweise als günstiger Stromerzeuger in weit abgelegenen Dörfern in Entwicklungsländern, denken die Forscher, aber auch als stromproduzierende Tapete, die genug Strom für eine Raumbeleuchtung mit Leuchtdioden liefert. Zudem könnte das Beschichtungsverfahren auch auf dünnen Plastikschichten oder Stoffen funktionieren, um aus vielen alltäglichen Gebrauchsobjekten und Kleidung kleine Solarkraftwerke zu machen. Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bad Münstereifel hält Rainer Beck vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie einen Vortrag über Magnetfelder im Weltall. Ihm selbst gelang es, mit dem Radioteleskop Effelsberg erstmals Magnetkarten von Galaxien zu erstellen. Mit der kommenden Generation von Radioteleskopen wie LOFA und SKA sollen kosmische Magnetfelder noch genauer erforscht werden. Die Veranstaltung findet statt am 3. August um 19.30 Uhr im Rats- und Bürgersaal im ersten Stock des Rathauses von Bad Münstereifel. In der Wilhelm-Förster-Sternwarte in Berlin wird der lange Weg zum Mars nachgezeichnet. 1965 flog zwar schon die erste Raumsonde am Roten Planeten vorbei, doch auch heute liegt eine bemannte Marsmission noch in ferner Zukunft. Der Vortrag soll einen Überblick über die vergangenen und kommenden Missionen zum Mars geben. Am 3. August um 20 Uhr in der Wilhelm-Förster-Sternwarte in Berlin. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.